Musik Nicht alles, aber sehr vieles ist neu beim Regionalliga-Mitteklub ATSV Stahl-Paurer, der diesen Samstag um 18 Uhr in seine zweite Saison in Österreichs dritthöchster Fußballliga startet. Wenn am 23. Juli der SC Karlsdorf zu Gast im Maximilian-Pagel-Stadion ist, wartet auf die Fans nicht nur ein fast neues Team. Gegen die Steirer können erstmals auch Gäste in einem VIP-Bereich Platz nehmen. Das ist sozusagen mein Steckenpferd gewesen, ein Anliegen von mir. Und die Sponsoren, die sollen sich gemütlich unterhalten, sollen Geschäftsverbindungen knüpfen und so weiter und so weiter. Und es soll einfach gemütlich sein. Das ist natürlich ein gesellschaftliches Element. Man trifft sich nicht nur mal nur am Fußball, um zu schreien, Schiffsrechte zu beschimpfen und Tore zu bejubeln, sondern man trifft einfach auf bekannte Freunde, Geschäftspartner und da kann man immer wieder mal gerne über das eine oder andere plaudern. Partner des Regionalligisten zu sein, ganz sicher eine sehr interessante Geschichte für Unternehmen in und auch außerhalb der Region Traunviertel. Ja, es gibt in der Region sehr viele, die immer wieder was für einen Verein tun. Es ist auch nicht ganz unwichtig bezüglich der Werbung. Wir spielen doch im Überregional. Alles heißt Kärnten, Steiermark und Oberösterreich. Ja, und so gesehen ist es für sehr viele Firmen interessant, Bernatis Faustalbauer zu sponsern. Fertig ist mittlerweile auch der neue Trainingsplatz der Traunviertler. Im August wird dann mit der Sanierung des Hauptfeldes begonnen. Wir haben das neue Trainingsfeld heuer im Frühjahr eröffnen können. Das ist den Maßen eines Hauptfeldes. Und jetzt am Anfang September wird man mit dem Hauptfeld beginnen. Das wird auch saniert mit Drainagen und Besprengelungsanlagen und 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 Neurasen und alles Weitere. Es ist natürlich sehr großer Aufwand, sehr große finanzielle Belastung unseres Vereins. Aber es ist einfach notwendig, dass wir unseren Spielbetrieb mit drei Kampfmannschaften und 13 Nachwuchsmannschaften mit Rot-Weiß-Landbach zusammen bewältigen können, brauchen wir ordentliche Spielstätten. Damit stehen dem ATSV einige organisatorische Dinge ins Haus. Man muss mit den Gegnern Platz tauschen. Das heißt im Klartext, um am Laufenden zu sein, müssen die Fans des Öfteren die sehr informative Homepage der Stadlinger www.atsv-stadl-power.at besuchen, um up-to-date zu sein. Damit zum Sportlichen. Gleich neun Neuzugänge muss der Ex-Internationale Christian Meierleb in sein Team, das in der Vorsaison als Aufsteiger mit Rang 7 glänzte, integrieren. Ja natürlich ist es nicht das Leichtste, aber natürlich haben auch Spieler gute, die Qualität haben. Und die natürlich auch, wie soll ich sagen, einen Hausverstand haben und wissen, worum es geht im Fußball. Und da ist es natürlich leichter, wenn du Spiele mit Qualität hast, aber trotzdem, man sollte halt schon ein paar Wochen Zeit haben, dass man mit den Spielern auch trainieren. Und darum ist heute das Cup-Spiel ein bisschen zu früh gekommen für mich. Mit Neo-Gohli Jaroslav Kaspresin, Matthias Felber, Haris Bukfa, Emra Krischewatz, Florin Antitoiu, Adnan Esposito, Arlind Hamtschai und Kevin Hinterberger stehen gleich 8 der 9-9 in der Startelf, die in Runde 1 des ÖFB Samsung Cup gegen Blaues Linz auf das Feld läuft. Neuzugang Nummer 9, Sorin Chiaubanu ist verletzt. Mario Peter, Danilo Dufniak und Dominik Stadelbauer kompletieren die Meierleb-Elf gegen die Blau-Weißen aus Linz. Gegen den Meister der Regionalliga Mitte und Aufsteiger in die zweite Bundesliga haben die Stöttinger Bois in der letzten Saison gute Erfahrungen gemacht. Zu Hause gab es ein 2 zu 2 Remis, auswärts holte man mit einem 1 zu 0 alle drei Punkte. Vieles neu also beim ATSV, aber nicht alles. Die Stadionstimme ist die gleiche geblieben und da hat Max Wetschka schon nach 90 Sekunden Unerfreuliches für die Stadlinger Fiends zu berichten. Nach einem Corner, den Abraham zur Mitte schlägt, agiert die Heimabwehr nicht wirklich gut. Lässt den Blau-Weißen Lukas Gabriel gewähren und der setzt das Leder mit Köpfchen in die Maschen von Neo 1er Kasprisin. Zweite Minute, Blau-Weißen Linz führt in Stadelbauer mit 1 zu 0. Die Meierleb-Elf braucht gut 10 Minuten, um sich vor knapp 1000 Fiends von diesem Schock zu erholen. In der 12. Minute aber eine schöne Aktion über die rechte Seite. Für den Felber-Stangler findet sich allerdings kein Abnehmer. Felber ist in der 20. Minute nahe dran an seinem Premieren-Tor. Gäste-Keeper Hankitsch ist aber um einen Tick schneller an der Kugel als der Stadlinger Neuzugang. Hinterberger, ein weiterer Neuer, zeigt 5 Minuten später, was er drauf hat. Ein starkes Solo am 16er, der Abschluss passt dann doch noch nicht ganz. Sehr viel Glück haben die Meierleb-Jungs in der 45. Minute. Kasprisin kann einen Meierschuss nicht festhalten, Pellegrini staubt ab, aber der Assistent hat die Fahne oben. Abseits und so führt Blau-Weißen Linz gegen den ATSV Stadelbauer zur Halbzeit nur mit 1 zu 0. Wie schon vor dem Seitenwechsel hat die ATSV-Defensive auch nach dem Wiederamtpfiff größere Probleme mit dem Linzer Neuzugang Tobias Pellegrini. Nach dessen Antritt in der 50. Minute brennt es lichterloh vor dem Heimheiligtum. Noch um einiges größer aber die Möglichkeit, die Krischewatsch, auch ein Neuzugang der Stadlinger, in der 63. Minute auslässt. Nach einem Stadelbauer-Freistoß knallt er völlig freistehend das Leder über das Gästegeführt. Eine Viertelstunde vor Schluss. Viel Aufregung im Maximilian-Pagel-Stadion. Da muss Schiri Tratnik wohl auf den Punkt zeigen. Die Pfeife des Unparteiischen bleibt aber stumm. Kein Elfer für das Meierlebt-Team. Wohl eine glatte Fehlentscheidung. Zwei Minuten später kreuzert die Entscheidung zugunsten der Blau-Weißen am Fuß. Er vertagt diese aber. Stadl-Paurer wirft jetzt natürlich alles nach vorne. Und so ergeben sich für die Wallmüller-Elf hochkarätige Kontermöglichkeiten. Die allerdings nichts zählbares mehr einbringen. Blau-Weiß-Linz gewinnt gegen den ATSV Stadl-Paurer durch das Tor von Lukas Gabriel in der zweiten Minute mit 1 zu 0. Und so dürfen nach diesen 90 sehr guten ÖFB-Samsung-Cup-Minuten die Fans der Linzer mit ihrem Team jubeln. Der Regionallige Mitte-Verein ATSV Stadl-Paurer hat gegen den Aufsteiger in die zweite Bundesliga allerdings gezeigt, dass mit ihm auch in der Saison 2016-2017 zu rechnen ist. Die Ziele sind natürlich wieder, dass wir sicherlich wieder ziemlich weit oben mitspielen werden. Und werden wir schlussendlich dann sehen, wie weit, dass wir wirklich oben mitspielen werden. Die erste Antwort auf diese Frage gibt es schon diesen Samstag. Am 23. Juli um 18 Uhr ist in Runde 1 der Regionallige Mitte-Saison der starke SC Karlsdorf zu Gast in Stadl-Paurer.